Ja, Breaking News, die es in sich hat, denn eines unserer beliebtesten Produkte, beziehungsweise sind gleich fünf Produkte, werden Sie gleich sehen, sind endlich wieder lieferbar. Es geht um das Problem, dass jeder hat Stauraum. Zu viele Grimmskrams, wo bringe ich die Socken unter, ohne dass es unordentlich aussieht? Und ich kann Ihnen eins versprechen, wir haben die perfekte, kostengünstige Lösung für alle Stauraumprobleme, die Sie zu Hause haben könnten. Genau, unsere tollen Aufbewahrungsboxen und Sie sind endlich wieder da. Sie waren ja sofort ausverkauft. Erste Präsentation, direkt alle weg. Dann haben wir die neue Lieferung bekommen und zack, auch wieder alle ausverkauft. Jetzt kam gerade wieder die neue Lieferung und wir machen direkt jetzt Breaking News. Wenn ausverkauft, dann ausverkauft. Das heißt, direkt ran ans Telefon. Sichern Sie sich Ihre Lieblingsfarben in der ausreichenden Stückzahl. Hier jetzt das Modell in schwarz und das haben wir für Sie direkt im Zweierset. Zwei von diesen tollen Boxen für 8,50 Euro. Das ist wirklich eine Sensation, weil die sind so genial. Wir haben natürlich auch die anderen Farben für Sie, zeige ich Ihnen alle gleich einmal im Durchgang. Und die sind riesengroß, also hier 31 x 31 x 31 cm. Das ist wirklich der Wahnsinn, weil die hat man richtig viel Stauplatz. Da hat man auch den verstärkten Boden innen drin. Ich zeige es Ihnen einmal dann quasi. Wenn die in der zusammengeklappten Version kommen, dann sehen die wirklich ganz klein aus. Mit dem verstärkten Boden hat man da wirklich ordentlich eine tolle Möglichkeit, da viel reinzupacken. Der Deckel geht direkt drüber. Das ist immer wichtig, dass da auch nichts einstaubt. Sie sehen das hervorragend. Und vorne natürlich der Griff, um da auch schön reinzugreifen, um es rauszuziehen. Und da können Sie alles perfekt verstauen, gerade an den Regalen alles rein. Und diese Boxen passen in alle gängigen Regale rein, die Sie haben. Egal von wo, ob es jetzt vom schwedischen Möbelhaus ist oder auch von anderen Möbelhäusern, weil die diese universal Einheitsgröße haben. Und wichtig ist hier das Zweier-Set für 8,50 Euro. Das ist unser TV-Sonderpreis. Und an anderer Stelle bekommt man solche Boxen auch. Aber da kostet 1,10 Euro. Habe ich selber schon gesehen. Deshalb bitte das Zweier-Set bestellen. Hier in schwarz. Das hat die Bestellnummer, die sage ich noch schnell, die NX82-19 und die 569. Aber am Ende der Sendung werden wir eine Schautafel mit allen Farben und allen Bestellnummern noch mal sehen. So, damit Sie jetzt ruhig mal anschauen können, welche Farbe Ihnen denn hier bestens gefällt. Und du hast gesagt, ganz, ganz dünn geliefert. Das kann ich Ihnen auch noch mal zeigen. So kommt es nämlich bei Ihnen an. Und da sind Sie so klein, sind Sie faltbar. Und jetzt haben wir die zweite Farbe, die mir persönlich hervorragend gefällt. Bringt ein bisschen Leben in die Bude. Genau, so gelb ist natürlich auch schön mit Grau abgesetzt. Also sehr schön gemacht. Hier sieht man auch noch mal toll. Der Deckel natürlich perfekt, um Sachen zu verschließen, wenn Sie da jetzt auch irgendwie Handtücher normalerweise haben. Ralf hat gerade gesagt, Unterwäsche zum Beispiel, die man jetzt nicht so irgendwie im Schrank haben möchte. Irgendwas an Kleidung, die Sie verstauen wollen. Das passt wirklich perfekt in die Schränke rein. Sieht toll aus. Gelb bringt natürlich auch ein bisschen Farbe ins Spiel. Kinderspielzeug. Kleine Bauklötze von den Kindern. Alles, was man so verstauen muss. Zack, zack, ist das ordentlich aufgeräumt im Schrank. Man hat nicht mehr so ein Durcheinander. Und für 8,50 Euro zwei von diesen Boxen ist natürlich ein Wahnsinnspreis. Also wenn Gelb Ihre Lieblingsfarbe ist, oder Sie sagen gerade, ich setze es im Kinderzimmer ein, da ist es lebhaft. Dann bitte die Bestellnummer NX8220 und die 569 notieren. Nochmal, es sind zwei dieser Boxen für 8,50 Euro. Wer es mehr klassisch mag, wird jetzt bei unserem weißen Boxen mit Sicherheit seine neue Liebe finden. Weiß ist natürlich sehr schick, gerade zu Holz oder natürlich auch zu weißen Möbeln. Fantastisch. Ich habe hier die weißen Boxen, habe die hier auch mal in so ein weißes Element für Sie direkt mal reingemacht, dass Sie das sehen, wenn Sie diese klassischen Elemente haben. Aus einem schwedischen Möbelhaus. Schauen Sie mal. Da gibt es natürlich auch diese eckigen Elemente. In diese eckigen Elemente passt dann perfekt. Ich zeige es Ihnen hier mal. Dann hier natürlich auch ein so ein Element rein. Schauen Sie, es passt wirklich perfekt. Das kann man wirklich super machen. In diese größeren Elemente passen zwei von diesen Boxen dann auch nebeneinander. Wir haben weiß für Sie. Sieht toll aus. Ganz schön. Kann man alles perfekt drin verstauen. Wunderbar. Die kann man auch. Und deshalb habe ich die auch hinter mir nochmal gestapelt. Perfekt stapeln durch diesen Einlegboden, den wir da drin haben. Also wirklich eine ganz tolle Sache mit diesen Boxen. Ja, die Bestellnummer für weiß ist die NX8221 und die 569 Doppelpack auch wieder 8,50 Euro. Und wir kompletieren das Set. Jetzt kommen wir zu Braun. Braun hier auch für Sie einmal. Und ich habe es unten auch nochmal extra ins weiße Element reingemacht, dass Sie es mal sehen. Hier sind Sie jetzt gestapelt. Also vier übereinander gestapelt. Gar kein Thema. Durch diese Stabilität, durch den Einlegboden, die wir drin haben, kann man die auch wirklich perfekt mal stapeln. Im Keller, auf dem Dachboden, wenn Sie möchten. Selbst in der Wohnung sieht das schick aus. Also da können Sie direkt loslegen und da alles reinmachen. Man hat ja immer irgendwas, was man mal irgendwie verstauen möchte. Selbst wenn es jetzt Bücher sind oder so was. Halt Wäsche, die sich rumliegen soll. Dann hier zugreifen. Wenn Braun Ihre Farbe ist, dann notieren Sie bitte die Bestellnummer NX8222 und die 569 auch hier. Das Zweierset für 8,50 Euro. Also Sie sehen, Stauraum ist überhaupt kein Problem mehr. Es sieht schick aus. Es ist absolut bezahlbar. Und wer sagt, so 31 mal 31 ist ein bisschen groß. Ich hätte gerne noch was Kleines dazu. Vielleicht, da hast du uns auch noch ein kleines Viererset mitgebracht. Das sind diese kleinen Boxen, die habe ich gerade schon rausgenommen. Die sind total praktisch. Und zwar natürlich fürs Wohnzimmer zum Beispiel. Aber dann auch, wenn man möchte, fürs Badezimmer. Mich hat hier total begeistert. Ich habe hier zum Beispiel jetzt mal CDs reingemacht. CDs passen hier perfekt in so eine Box rein. Also das ist wirklich unglaublich gut. Wenn Sie auch noch CDs haben, passt das perfekt. Aber auch, wenn man zum Beispiel dann so Krimskrams hat, wie Kabel oder sowas, die man verstauen möchte, ist das ideal. Auch hier vorne natürlich diese Halteschlaufe. Auch hier wieder schön der Deckel, der alles abschließt, dass nichts einstaubt. Und da kann man die auch perfekt in so ein Regal reinmachen. Auch hier vier Stück jetzt. Vier Stück für 8,50 Euro. Das muss man sich überlegen. Im Badezimmer können Sie die auch schön verwenden. Für zum Beispiel Abschminktücher oder kleine Utensilien, die Sie nicht im Badezimmer so rumstehen haben, offen. Da packt man das alles hier so schön rein, auch wenn Sie so Duschgel oder so kleine Dinger für die Öhrchen oder sowas. Das kann man alles schön, die Cremes kann man da alles reinmachen. Dann steht das nicht so rum und staubt halt nicht ein, sondern man hat es hier schön verpackt. Es ist ordentlich und man kann es auch direkt dann in die Regale reinschieben, wenn man möchte. Die kann man auch wieder sehr gut stapeln. Also ich habe es hier unten zum Beispiel auch mal gestapelt. Das geht wirklich wunderbar, wenn man es hier im Schrank dann anschaut. Das ist eine super Sache. Da kann man natürlich dann auch alles verstauen. Ich habe hier zum Beispiel jetzt auch mal klassisch so Kabel, die man nicht offen rumliegen haben möchte. Gerade wenn da ein Besuch kommt, dann macht man die da einfach rein. Das ist eine schöne Möglichkeit. Und dann hat man das hier wirklich schön und ordentlich dann auch im Schrank verstaut. Ordentlich ist was Wichtiges. Besuch ist auch was Wichtiges. Es sieht immer ordentlich und aufgeräumt auf. Wir haben, glaube ich, viel Grimmsgramms. Also ich weiß, wohin. Und dann liegt es irgendwo und dann sieht es irgendwie auch so ein bisschen unaufgeräumt auf. Ich glaube, dieses Problem haben Sie genauso. Man kennt das, auch wenn man irgendwo hinkommt und da steht was rum, was da nicht hingehört. Denkt man, oh, wäre sicher besser zu lösen. Ja, die bessere Lösung haben wir Ihnen hier gezeigt. Und wenn es jetzt dieses Vierer-Set der etwas kleineren Boxen sein soll, dann notieren Sie bitte die Bestellnummer. Die NX 82,24 und die 5,69 etwas kleiner. Dafür vier. Daher ist es logisch, dass auch hier der Preis unglaublich günstig ist. Acht Euro 50 für das Vierer-Set. Das ist wirklich der Wahnsinn. Aber Kathi hat es am Anfang gesagt, unsere ersten beiden Lieferungen waren sofort in den nächsten zwei Tagen ausverkauft. Das wird jetzt auch so sein, weil Stauraumproblem, ich glaube, das kennt jeder. Und Krimskrams hat auch jeder zu Hause, wenn man ein bisschen Ordnung und ein bisschen System in die Wohnung bekommt. Ich weiß, das fällt ab und zu schwer, je nachdem, wie klein die Wohnung ist. Man hat viele Sachen, aber ich glaube, damit sieht es natürlich aufgeräumt auf. Hier sehen wir nochmal alle Bestellnummern in der Übersicht auf unserer Schautafel. Der Preis ist für alle gleich. Die Großen jeweils im Zweier-Set für 8,50 Euro oder das Vierer-Set dann der kleinen Aufbewahrungsboxen für ebenfalls 8,50 Euro. Nochmal, für den Großen kostet normalerweise eine schon um die 10 Euro. Jetzt Zweier-Set, 8,50 Euro. Kein Wunder, Kathi, dass uns die aus den Händen gerissen wird. Und sag mir jetzt mal ganz kurz, wer braucht solche Boxen? Jeder, jeder in ausreichender Stückzahl, weil man hat, glaube ich, immer Schuhe. Man hat irgendwas im Badezimmer, sei es jetzt auch irgendwie mal Taschentücher, dann natürlich die Damen auch mal Schmuck. Die Herren haben bestimmt irgendwelche Kabel, Medikamente. Man kann immer alles in Boxen packen, Unterwäsche, Strümpfe, alles an Kleidung, was nicht einstauben soll. Die Sachen für die Kinder, für die Enkelkinder, zack, alles in Boxen und dann ist es ordentlich, also schnell zu greifen.